Moin Leute und herzlich willkommen, endlich mal wieder weiter mit Stahl im Flug, wo ist Glück, äh, ja, ähm, ja, ja, war nicht mein, Stahl im Flug, ähm, ja, ich hoffe, dass alles klappt und sich mit dem Video machen, aber ich denke mal schon, war heute gegen Magdeburg, ich sag's euch, ist, äh, ist, äh, ist, äh, die Heimspiele, die Heim- und Auswärtsspiele, also, der Unterschied gerade bei uns, kommen wir Katastrophe, äh, äh, Digga, einfach, hier, hier unter, ja, Alexander Zorniger sind wir, die letzten, also, vielleicht werden sogar alle Heimspiele, glaube ich, bis jetzt umgeschlagen, aber, fuck, aber, die, dies Jahr, äh, jedes, äh, Auswärtsspiel, Verlorene, jetzt, kann echt nicht sein, also, wenn wir heute wieder, was ich auch mal hoffe, Heim umgeschlagen bleiben, dann, da weiß ich echt nicht mehr weiter. Leute, ich bin jetzt drinnen, Digga, einfach, was kommt mit anderes, meine ich, von der, von, von der Ecke halt, hier zu stehen, Digga, und der Boden, der hat alles am alten aus Metall, ich dachte, das ist jetzt auch gar nicht, ich dachte auch, so, 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 so eine Art Beton, oder, keine Ahnung, sowas, 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 wie halt, bei der, bei der, bei der Nordrückbühne, oder so, aber, nee, alles auf Metall nur. Auch mal was Neues an sich. Sehr, gewöhnungsbedürftig, übrigens, muss man sagen, die Perspektive aber, ja, so an sich eigentlich gerade sieht es voll geil aus, auch mal so eine andere Perspektive. Vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr kommentieren dabei, wenn, ja, weil hier immer, ja, die Anliefe ganz richtig voll ist, aber, mal gucken. Ich denke, ich hätte einfach so viel Schiss bei, äh, Digga, ich hätte einfach, ich hätte einfach so viel Schiss bei diesen Job, Alter, so, so gefühlt. Ich habe ja auch keinen, ich habe ja auch keinen Sinn, es ist zwar eine geile Perspektive wahrscheinlich, als Kameramann, aber trotzdem mal lach. Ich glaube auch mal, dass man, dass wir wahrscheinlich die meiste Zeit, es war eher die Magdeburger, glaube ich, eher hören werden, das ist ein Video, weil wir uns natürlich mehr, ja, da drüber gesehen werden. Ich sterbe. Ja, das ist mir toll, wie quali. Ich danke. 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 Das war's für heute. Kürziger! Nein! Mach's der Bode! Ruhe! Läger! 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 Jürgen, Jürgen! Rekord, 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 Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord! Rekord, 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 Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! 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 Vielen Dank.